Leute, was geht? Willkommen zu Super Mario Star Road. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, dann wisst ihr jetzt, was ich meine mit Benni. Moin. Moin. Ja, am... Ich war geknebelt, Alter. Warum? Von den Zuschauern, die dich gewarnt haben, dass wenn du noch ein einziges Mal mit mir aufnimmst, dass sie mir was antun. Scheiße, Mann. Warum seid ihr so? Zuschauer. Sag mal, selbst Mario hat schon Angst. Ne, er spielt halt einen Sieg. Ja, weil er Angst hat. Nein, weil er das macht, damit er das in einen Titel schreiben kann. Let's go! Es ist gar nicht Mario, mein Gott, ein Scan! Ich wurde, ja, ich glaube, bei einer Short mal gefragt, warum spielst du Luigi? Das ist Mario, Leute, im grünen Outfit. Ich mag, aber ich kann einfach, dass so... Übrigens, das ist kein Soundtrack da. Der Soundtrack kommt wahrscheinlich noch. Ähm, Leute denken du Jokes, wenn du sagst, ich spiele als grüner Mario, aber es ist wirklich grüner Mario. Ja, Mann. Das ist grüner Mario. Ihr checkt. Ähm, ich fand das damals eh so cool, so mit, ähm, Alice Real. Das war so voll dieses mysteriöse Ding und da gab es so voll viele, ähm, Videos dazu und keine Ahnung. Das ist einfach krass, so... Ja, ich spiele gerade einfach Mario im grünen Outfit, so das, ja, und Luigi hat gedacht, so, man checkt, das sind die Luigi Farben und irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das hat mich irgendwie ein bisschen motiviert, auch den Mario im grünen Outfit zu spielen, weil das einfach damals so eine heftige Erforschung gewesen wäre, hätte man einfach Luigi spielen können in Mario 65 und jetzt kann ich es halt indirekt machen, so. Zwar jetzt spiele ich Mario trotzdem immer noch, aber auch in der Farbe von Luigi und das ist irgendwie, ich dachte, ich war auch so... Du kannst auch Luigi spielen. Das stimmt, ja, aber möchte ich nicht aktuell. Aber ja, das ist so... Er will nicht die richtige, äh, Gucci Jacke tragen, er will die Fake Gucci Jacke tragen, damit es sich so anfühlt, als würde er die Gucci Jacke tragen. Ungefähr so bin ich gerade unterwegs. Aber ich mein, Mario ist das Original. Mario ist das Original, aber du hast das Original jetzt quasi rum, es ist Bootleg Luigi eigentlich. Ja, aber man kann auch sagen, es ist das Original und dann ist es das Original, checkst du, wie ich mein? Das ist so, als würde ich Marios Kopf auf Sonic in Sonic 1 draufhauen und dann sagen, guck mal, das ist Super Mario Bros. 4. Ja, es ist das Originale Sonic 1 mit einem anderen Sprite, aber es ist nicht Mario 4. Dieser Vergleich, Mario 4. Ja, Moin. Man kennt's. Aber... Ihr wisst Bescheid, ne? Ah, ja, genau, du meinst... Wird noch eins da? Ne, egal. Gehen wir in das andere Level, ne? Ihr seht auch wieder Mario Star Road, ihr wisst doch Bescheid, ne? Ich hoffe, ihr freut doch darüber. Sonst könnt ihr mir auch Kommentare schreiben, was war das sonst für Game Sets, ja, ne? Aber irgendwie... Mario Star Road geht einfach öfter, so hab ich das Gefühl. Na, das ist das... Das ist einfach nice. Ihr checkt doch mal, Leute, checkt doch, oder? Übrigens, ähm, es kam doch Heidens Sieg online. 50-Euro-Event-Ding auf Game Boy. Na, das ist irgendwie krass, so... Ja, Mario 4... Ich weiß nicht, ob das viele wissen sollen, aber ich glaub schon, aber ich kann das gerne nochmal erzählen. Ähm, Mario 64 war ja auch ein Kindheitsspiel von mir, da war ich irgendwie 3 oder 4 Jahre alt, wo ich das erste Mal das gespielt habe. Und... Dass ich einfach so Content mache, den gerne Leute anschauen, zu einem Kindheitsspiel von mir, Das bedeutet mir sehr viel, irgendwie. Das ist einfach so... Ich mach gerade Content zu einem Kindheitsspiel von mir und es gibt auch wirklich einige Leute, die angefangen haben, Super Mario 64 zu spielen, weil die halt Content dazu gesehen haben von mir. Und wenn ich, ähm, wie stolz ich das gerade gesagt habe, wenn ich, wenn ich, ne? Aber wenn ich das einfach schaffen kann, Leuten ein Spiel näherzubringen, was meine Kindheit schon geprägt hat, positiv geprägt hat, dann ist das eine Ehre für mich, dass ich Leute motivieren kann, dieses Spiel auch zu spielen. Und hoffentlich habt ihr dann auch eine coole Zeit damit. Und, ja, dann könnt ihr da auch, dann holt ihr etwas nach, was meine Kindheit damals geprägt hat. Generell, Nintendo 64 hat auch, ja, Nintendo 64 war, glaube ich, so eine der ersten Konsole, beziehungsweise die erste richtige größere Konsole, die ich besaß, soweit ich weiß. Auch mit Donkey Kong 64, das war eh voll krass, so in Mario 65 hat man schon viel erkundet. Und dann ab einmal kam Donkey Kong 64, wo du noch die Characters freischalten konntest, ne? Man konnte ja so dort, ähm, Characters freischalten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt spoilern soll, so. Für die meisten ist das wahrscheinlich klar, aber für die Leute, die das auch selber spielen wollen, ne? Da kann man gewisse Characters freischalten. Das war auch so krass für mich als Kind damals. Du schaltest aber so als Kind? Characters frei? Wie krass? Ich habe mich so krass gefühlt als Kind. Ich dachte so, wow, ich habe es selber geschafft, einen Charakter freizuschalten. Am Ende ist es echt nicht schwer so. Also, zum Beispiel, ich sage es einfach, ich glaube mit Donkey Kong musste man irgendwelche Schalter abschießen ingame. Und dann schaltet man auch Diddy Kong frei. So, bro, das ist echt nicht schwer, aber, ähm, ich glaube das war so. Aber trotzdem war es für mich so voll heftig. So, yo, ich habe gerade einen Charakter freigeschaltet. Ich kann ihn jetzt gerade spielen. Mit dem Charakter kann ich auch weiterhin diese großen Welten erkundern. Das war so krass für mich. Und auch Mario 64 war voll krass für mich, das alles zu erkunden. Ich weiß ja so, was, wie war es so bei dir mit 3D? Irgend so ein 3D-Game? War das überhaupt eine Sache bei dir so, Dinger zu erkunden in so Jump'n'Run-Games? Oder warst du ja so Mario Kart-mäßig unterwegs? Cooler Sound-Effekt. Beach, das war mein Beitrag. Nee, äh... Okay, ciao, äh, nächstes Team. Galaxy 2 habe ich ganz viel quasi Freeplay gemacht. Was eigentlich jetzt nicht unbedingt das Spiel ist, wo man denken würde, dass man die meisten Sachen erkunden kann. Aber es gab in so vielen Galaxien irgendwelche Spots, die du halt gesehen hast. Aber wo du jetzt nicht spezifisch hingelotst wurdest. Wände, Decken, auf die du kannst und so. Und bei manchen von denen geht das. Es gibt eine Sache, die habe ich unbedingt machen wollen. Ähm... Ich weiß nicht, wie weit ich ausholen muss. Ich versuche es mal kurz zu halten. Es gibt ja Yoshi, ne, in dem Spiel. Yes. Und es gibt ein, zwei Levels, wo du ihn, ähm... Wo es Yoshi und eine Rutsche im Level gibt. Mhm. Das ist so eine Waldgalaxie. Ich weiß leider nicht, in welcher Welt die ist und wie sie genau heißt. Da muss man diese Dinger essen. Was muss man da essen? Die, die Beeren, ne? Diese... Wo man... Wo Yoshi zu so einem Ballon wird. Aber das ist er da? Ich, ich, ich weiß es nicht. Aber es gibt in dem Level auf jeden Fall Yoshi und die Rutsche. Es ist aber nicht gedacht, dass du mit Yoshi zu der Rutsche kommst. Also da führt kein, kein Weg hin in der Mission, glaube ich. Du kannst aber zu dem Planeten kommen, indem du diesen Infinite Flutter Glitch machst. Also es gibt mit Yoshi einen Glitch, wo wenn du im richtigen Moment dich hier duckst im Fluttersprung, resettet sich dein Fluttern. Und du kannst damit halt unendlich hoch springen und unendlich weit springen. Jo. Und wenn du das machst, so mehrere Dutzend Male in die Richtung von der... Von dem Planeten, wo die Rutsche ist, mit Yoshi. Mhm. Und dann mit Yoshi auf die Rutschfläche springst, freest das Spiel. So. Weil es nicht weiß, was es tun soll, wenn Yoshi eine Rutschanimation laden soll. Weil es gibt keine. Oh mein Gott. Eigentlich geht ja Mario dann auf seinen Puppes und fängt an zu rutschen. Aber Yoshi hat so eine Animation nicht. Und deswegen stört das Spiel ab. Das ist aber krass. Dass man nicht irgendwie anstatt, dass man irgendwie drauf landet und irgendwie... Oder einfach durchfährt oder irgendwie sonst sowas. Das Spiel stößt einfach ab. Das ist irgendwie krass. нал Там, zählen! Das ist� Ellie意. Und dann macht es diesen ikonischen b ein... Wii-Free Sound und äh... Das wars dann. Es gibt auch so ne ähnliche Situation wie in Mario Kart Wii. Ich glaube, wenn ein rotierender Panzer in einen auf der Strecke liegenden Stern rein rattert, dann friezt auch das Spiel. Das kann man aber Vanilla hinkriegen. Das ist einfach nur superunwahrscheinlich, dass das passiert. Ein Stern mit Koopa-Panzer? Wie nochmal? Also der Stern muss einfach am Boden liegen. Genau, weil ein Spieler den nach einem Blitz oder so hat fallen lassen. Und dann, du kannst ja, wenn du drei Panzer kriegst, rotieren die um dich rum und du hältst sie nicht hinter dir. Und wenn einer dieser rotierenden Panzer den Stern auf der Strecke berührt, dann freest das Spiel, glaube ich. Also wenn du, das ist trotzdem wahrscheinlich. Also ich meine, normalerweise fährt man in den Stern hinein, aber trotzdem... Naja, du musst erstmal, erstmal muss da ein Stern liegen, dann musst du nicht reinfahren, sondern ein Panzer streift ihn. Und dann... Aber ich meine, du wirst in ihn reinfahren und vorne berührt dann dein Panzer. Ich meine, der Panzer ist... Ja gut, und du musst erstmal überhaupt rotierende Panzer um dich rum haben. Ja, klar. Die meisten werfen die ja irgendwie weg. Wie weird, aber... Ja, ich weiß auch nicht, warum das dann freet. Ich weiß auch nicht, ob es mit dir genau der Kombination ist, aber irgendeine Kombination gibt es. Na, krass. An Items, die die dann wahrscheinlich einfach nicht getestet oder übersehen haben bei der Animationserstellung. Weil es ja eigentlich nicht gedacht ist. Ich glaube, der Grund ist, ein um dich rum schwingender Panzer ist ja Schutz. Und Items, die auf der Strecke liegen, sind in den allermeisten Fällen Hindernissen. Panzer, Bananen, all sowas. Also zerbricht der Panzer, der um dich rum schwirrt, das liegende Item. Und macht es ungeachtet dessen, was da liegt. Ähm, aber bei sowas wie einem Stern, der kann ja nicht kaputt gehen eigentlich. Der verpufft einfach, wenn er zu lange da liegt. Aber du kannst ihn ja nicht zerstören, indem du einen Panzer drauf wirfst. Und ich glaube, deswegen crasht er das Spiel. Nach der Logik müsste es aber auch mit einem liegenden Pilz sein. Und das ist, glaube ich, nicht der Fall. Aber ich weiß doch auch nicht. Das ist weird, irgendwie hat er einen Fehler. Also was ist vielleicht... Mkw-Experten, bitte helft uns. Bitte, bitte. Aber du hast doch 900 Parts gemacht. Ey, was geht das? Nein! Nein! Ich glaube, es sind 636 gewesen. Ich habe aufgerundet, sorry. Ja, grob, ne? Du weißt ja, dass du so empfindest, wenn man aufgerundet, sorry. Naja. Ist krass. Ich habe Verständnis. Indem du mich korrigiert hast? Ja. Okay. Dank für dein Verstandnis, Mann. Ey, das ist doch krass. Aber... Dann war es auch noch wieder Hattern auf der N64, soweit ich weiß. Weil dieses eine... Ich glaube, das war so ein Formel-1-Game. Irgendwie hatten das, glaube ich, sehr viele Leute. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Aber das war auch so ein... Ich glaube, das war so ein Formel-1-Game. Und... Ich habe auch Smash Bros. gespielt auf der N64. Das war einfach so... Keine Ahnung, da war... Als Kind war es so... Ich habe als Kind so viele Videospiele gespielt. Und war da so schnell zu begeistern. Auch Mario Party. Und... Das war krass. Ich habe mit Nintendo aufgewachsen. Und... Ich mache bis heute Nintendo-Content. Und ich bin... Ja. Ich bin... Ich habe auch Playstation 2-Games gespielt, wie Ratchet & Clank. Zum Beispiel auch andere PS2-Games. Weiß ich den Namen gar nicht mehr. Irgendwie so ein Roboter-Shooter-Game. Ich glaube, es gab auch noch, wo man so... Voll die krassen Monster sehen konnte. Ich würde so gerne gerade wissen, wie dieses Spiel hieß. Aber mit viel Recherche würde ich es sicher finden. Aber jetzt aktuell weiß ich den Namen wieder nicht. Auch wenn ich da manchmal... Auf einmal, wenn ich so drüber nachdenke, über das Spiel... Wieder so auf YouTube nach Gameplay suchen. Aber da muss ich öfters länger recherchieren, bis ich das Spiel wieder finde. Und... Ähm... Den Namen vergesse ich dann auch immer wieder schnell. Aber... Das war... Schon... Schon... Das ist echt cool. Aber so... Ich möchte drüber nachdenken, wie viele Nintendo-Games ich gespielt habe. Ich meine, fürs N64 gibt es nur irgendwie 300 Stück in Europa. Die könnte man sogar noch Brute-Forcen. Wenn du die nach Rennspiel sortierst, da bleiben nicht mehr viele übrig. Safe, aber... Ich kann gerade jetzt... Also ich möchte jetzt nicht googeln. Ich habe Angst, dass irgendwas dann passiert mit der Aufnahme. Ach so, ich dachte, du meinst allgemein. Aha, nee. Also es ging um das PS... PS2-Spiel mit dem Roboter-Ding. Roboter-Shooter-mäßiges Ding. Ähm... Aber ich weiß echt den Namen nicht mehr. Da müsste ich dann länger recherchieren. Oder irgendwie... Keine Ahnung, ich weiß einfach den Namen gerade nicht. Aber mit ein bisschen Recherche will ich es wieder herausfinden. Aber... Ja, das war... Das ist echt krass so. Ich habe auch ein bisschen die 3D-Seite aus den Augen verloren. Wegen Hab-Hop-Hotel auch sah. Also dieses... Ich habe... Hab-Hop-Hotel ist halt so ein Chatting-Ding. Ich habe da viele Räume gebaut und so. Du kannst Räume bauen dort mit Leuten chatten. Events gestalten, dies, das. Und ähm... Ich habe ja so viel Zeit verloren. Nicht Zeit verloren. Das war aber so voll der Grind. Dann habe ich halt andere Dinge aus den Augen verloren. Ähm... Auch... Nintendo. Und dann irgendwann kam die 3D-Seite. Und dann kam noch YouTube. Und irgendwie... Ich dachte so... Oh... Ja, Nintendo war doch eine Sache. Und... Da bin ich auch teilweise mit Nintendo Let's Plays bis hin... Ähm... Ja, wieder bis hin... Bin wieder bis hin in Nintendo reingekommen, I guess. Zumindest habe ich da wieder ein bisschen einfach... Ja, Nintendo-Videos geschaut. Bin ich ein bisschen mit Nintendo beschäftigt damit. Wenn man checkt. Und... Ich habe Nintendo ein bisschen aus den Augen verloren. Durch Hab-Hotel. Und dann... Ja... Gab es in 3Ds, ne? Und... Da bin ich auch wieder ein bisschen reingekommen, dann. Ähm... Ja, da glaube ich durch Mario Kart 7 oder Mario 3D Land. Irgendwie sowas. Und... Äh... Ich habe auch Pokémon Y, glaube ich, gespielt. Irgendwann noch. Das war ein bisschen später. Da hatte ich glaube ich in 3Ds schon ein bisschen länger. Aber... Ja, ist krass. Ich habe echt viele Franchises gespielt, so. Also Pokémon, Mario... Ähm... Ja, aber... Aber, ähm... Was gibt es in der Donkey Kong auch natürlich so? Aber mit... The Legend of Zelda bin ich... Es ist mir ein bisschen peinlich, aber mit The Legend of Zelda bin ich oft... Nicht so warm geworden, weil ich oft zu dumm für das Spiel war. Oft war mir das einfach zu schwer. Aber wenn ich Spaß hatte... Fühle ich aber ein bisschen. Fühle ich ein bisschen. Das ist aber voll schade, weil ich mir denke... Bro, einige spielen The Legend of Zelda Ocarina of Time, wo sie 4 Jahre alt waren. Und haben es so durchgespielt oder so. Vielleicht auch mit den Eltern oder so. Da gibt es auch voll die süßen Storys, auf das jemand so hört. Und, ähm... Bro, dann komme ich so und check das Spiel einfach nicht. Ich habe Ocarina of Time abgebrochen, weil ich das Spiel nicht gecheckt habe. Das ist natürlich nicht eine Sache. Ich könnte auch das Livestreamen einfach. Und dann ist vielleicht ein Chat da, der mir hilft. Aber... Ja, keine Ahnung. Was ist, wenn niemand da ist? Dann bin ich ein bisschen aufgeschmissen vielleicht. Keine Ahnung. Oder du guckst in einen Guide rein. Ja, aber das... Das... Irgendwie nervt das Bisschen, I guess. Aber als jemand, der selber das Spiel dieses Jahr überhaupt erst kennengelernt hat, so richtig. An welcher Stelle hast du... Hast du abgebrochen? Ich weiß es jetzt gerade... Das ist echt lange her. Nein! Ich habe die 3DS-Version. Das Commentary ist blöd. Ich stelle die richtigen Fragen. Ja, alles gut. Aber ich habe halt die 3DS-Version gespielt. Und das ist schon ein bisschen länger her. Und... Ich blick halt wegen dem Stern. Egal, ich gehe jetzt zu einem anderen Kurs. Aber... Ja. Da... Da... Habe ich irgendwann nicht mehr gewusst, wie es weitergeht. Und da habe ich einfach... Ich glaube, ich habe sogar auch recherchiert. Oder versucht zu recherchieren. Und es trotzdem dann nicht geschafft. Also... Keine Ahnung. Ich habe es dann am Ende abgebrochen. War ich zu schlecht für das Spiel. Weil... Und das Spiel hat echt Spaß gemacht. Ähm... Twilight Princess habe ich auch abgebrochen. An einem Punkt. Da... Ich glaube, das war ein Punkt, wo ich mit... Ähm... Mit diesem Wolf... Also irgendwelche Seelen suchen musste, glaube ich. Und da habe ich irgendwann abgebrochen, glaube ich. Weil ich das nicht geschafft habe. Aber da hatte ich auch Spaß. Bis... Zu dem Moment, wo ich halt nicht mehr weiter wusste. Und irgendwie... Auch durch das Recherchieren irgendwie nicht schlau wurde. Keine Ahnung. Hab da ja wahrscheinlich auch nicht so viel mehr gegeben. Äh... Beim Recherchieren. Aber... Ja... So viel dazu. Was mich an so Spielen lange Zeit abgeturned hat. Und wo ich auch immer noch Probleme mit habe. Ja. Ist eben dieses... Manchmal weiß man einfach nicht, wo lang. Und dann... Ich... Ich... Ich erlebe das immer wieder, weil ich stream das ja zum Beispiel. Ja. Also ich habe dann immer... In den meisten Fällen jemanden, der da ist und sagt... Jo... Hier, da und dahin. Das wertvoll, ja. Manchmal kommt es auch einfach vor, dass ich mir denke... Äh? Was? Wann habe ich das erfahren? Was machst du da? Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist wieder ein Check-Short-Moment. Ja. Jetzt auf Germi spielt. Schon lange ab. Die Leute schreiben dann, so und so geht das. Manchmal denke ich mir, ah ja, das habe ich da und da gelesen. Manchmal denke ich mir auch, äh? Bitte. Und dann frage ich so, hä, hätte ich das schon wissen können? Und dann schreibt jemand, hä, ja, das wurde dir von dem und dem Charakter da und da gesagt. Und ich denke so... Safe, Mann. Okay, wenn du das sagst, keine Ahnung mehr. Also, ich, 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 so viele Textboxen und alles mir irgendwie in meinem Kopf zusammen merken. Da weiß ich immer, wie, wie andere Leute das... Gut, die, die kennen das Spiel dann natürlich schon auswendig. Oder das ist deren Lieblingsspiel oder was weiß ich. Die haben das auch nicht bei jedem Spiel. Aber ich denke mir dann immer so, Bro, das hätte ich mir, da hätte ich jetzt drauf noch mehr mich erinnern sollen, Alter. Ja, Hilfe. Ich, ich versuche mich an alles zu erinnern. Manche Sachen vergesse ich dann und manchmal vergesse ich dann die, die falsche Sache sozusagen. Das ist dann ärgerlich. Das ist safe, ärgerlich. Aber ich würde mir da auch keine Vorwürfe machen, wenn irgendwie so ein Charakter, der, der, der sagt, so... So passt schon in der Stadt. Nee, das sowieso nicht. Aber, aber manchmal denke ich mir halt so, ich, ich glaube, das war bei einer Rüstung, einer spezifischen. Wo man, oder ich weiß nicht mehr, welches Item es war. Aber, Kenner des Spiels wissen, dass man am Hüliasee, ich glaube, einen Pfeil in den Sonnenaufgang schießen muss. Und dann taucht was Bestimmtes auf. Ich weiß nicht, ob es eine Rüstung ist oder irgendein anderes Schlüsselitem. Auf jeden Fall wurde mir gesagt, ich soll das machen. Und ich dachte so, hä, wo hat man das erfahren? Irgendein Typ in irgendeiner Stadt hat mir das wohl mal gesagt. Oh man. Aber es ist halt schon mehrere Spielsessions her. Ja, und ich denke so, oh, ja gut, das hätte ich sonst wahrscheinlich nur über einen Guide rausgekriegt oder indem ich es mal irgendwann zufällig später aufgeschnappt hätte, oder, oder, oder? Ja, moin. Okay, das ist krass. Aber ich habe Breath of the Wild auch gespielt, by the way. Und, ähm, soweit ich weiß, ja. Und Tears of the Canaan habe ich halt angefangen. Und dann irgendwann hat, ich glaube, auch bis zu zeittechnischen Gründen, hat pausiert so. Im Moment. Aber, ja, die sind auch anders aufgebaut. Diese, diese Zeldas habe ich, also, ist ja auch mehr Open World. Aber da hatte ich tatsächlich weniger Probleme, ähm, glaube ich, doch. Und ich gehe jetzt zu einem anderen Kurs. Aber es ist schon, manchmal, es ist jetzt, mich manchmal schon unter Druck, wenn ich so, einfach so eine Stelle habe, die mega schwer war für mich herauszufinden, wie es weitergeht. Und dann kann auch, und dann denke ich mir so, jo, wenn ich jetzt da Probleme hatte, so eine Stelle kann später nochmal auftauchen. Also, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass nochmal eine Stelle auftaucht. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist aber auch hoch. Ich musste öfter mal nachgucken oder fragen oder so. Mhm. Aber ich denke mal zu. Das gehört leider dazu. Ein bisschen was ist vielleicht auch, weil ich gestreamt habe und ich lese ja dann die Textboxen vor. Und ich weiß nicht, manchen geht das nicht so, aber ich persönlich habe Schwierigkeiten, etwas laut vorzulesen und gleichzeitig voll zu verstehen. Also, manchmal muss ich dann nochmal im Kopf selber nachlesen. Das ist nachvollziehbar. Es ist eh so dieses, am Ende, ne, ich sehe das auch für mein Gameplay, aber am Ende fokussiere ich mich auch sehr darauf, was Benni sagt, wie ich kommentiere, also was er sagen will zum Thema. Das ist so, ich bin nicht zu 100% fokussiert aufs Gameplay, so. Und dann ist mein Gameplay auch eventuell schlechter, als wenn ich das privatspielen würde. Ne, also oft denkt man auch ein bisschen, ja, also der volle Fokus ist ja nicht immer aufs Gameplay, sondern in dem Fall jetzt größer beim Kommentar über mir, I guess. Und das hat auch so eine Sache, was ich oft auch so damals von anderen Letztplänen gehört habe, so, ja, wir müssen ja noch nebenbei kommentieren, ne. Dadurch kann man nicht sein vollstes Gaming-Potenzial zeigen, weil man sich auch noch auf das Kommentar fokussiert. Und, ja, das ist in meinem Fall gerade auch der Fall, definitiv. So, da kann ich die ganzen Letztplänen auch verziehen, die das in ihren Parts gesagt haben. Und das geht mir aber genauso. Das ist also sowohl aus Zuschauer- als auch aus Letztplayer-Sicht. Was man immer auch bedenken muss, ist, wenn es jetzt nicht nur darum geht, ein Rätsel zu lösen, da ist man als Zuschauer generell immer ein bisschen besser drin, finde ich. Also, man kennt das Spiel nicht und der Letztplayer schon dann, hm, aber besonders bei so schweren Bosskämpfen. Weil der Unterschied ist, man selber guckt das, man muss die jeweiligen Knöpfe nicht drücken, man muss nur wissen, welcher Move kommen muss. Man muss nicht die Kombination mechanisch umsetzen. Deswegen sieht es halt häufig leichter aus, was zu spielen, als es selber zu tun. Also, man muss... Man selber beim Zuschauen denkt sich ja nur, und jetzt machst du den Move. Aber während man beim Videoschauen ja nur reagieren und entscheiden muss, muss man ja im echten Leben reagieren und dann den passenden Knopf drücken. Man darf sich nicht fair drücken, man muss früh genug die Finger in die Motion umsetzen. Das vergessen viele. Also, ich meine, vielleicht denken sich die Zuschauer, ja, du musst den Knopf drücken, aber in dem Fall hat ihr vielleicht auch dann... Vor dem Vorwurf, wovon ich gerade dabei checkt, aber vielleicht hat er dir auch in dem Fall den Knopf auch im falschen Moment gedrückt. So, das kann ja auch passieren. Naja, oder den falschen Knopf gedrückt. Oder kurz überlegen müssen, ob das nochmal der richtige Knopf ist. Das sind ja auch nochmal ein paar Millisekunden, die draufkommen. Aber, was ich einfach da krass finde, ist, wenn Leute so voll jung waren und im Ernst jetzt einfach so gewisse Zelda-Games gecheckt haben, so komplett gecheckt haben als Kind, aber ich denke mal, vielleicht hat man sich da auch ein bisschen mehr Zeit gelassen für Videospiele, als ich als mir vielleicht heute tue oder so, keine Ahnung. Also, keine Ahnung, wenn man sagt, ja, hab ich vier oder fünf dieses Spiel durchgespielt und dann bin ich so in einem viel höheren Alter und hab das so gar nicht gecheckt und denke mir auch so, wie? Ja, gut, damals hatten die Leute vielleicht auch nur das Spiel und haben dann all ihre Zeit da rein gesteckt. Ja, die haben auch vielleicht mehr Zeit für das Spiel genommen, aber wer weiß, ne? Aber das hat auch das Ding, man kann ja auch nicht von jedem erwarten, dass jeder gleich gut in Spielern ist, ne? So, das ist einfach so. Vielleicht liegt ein Spieler einem mehr als einem anderen. Man kann ja auch nicht erwarten, dass jeder mal die 65 Spieler interessant oder einfach alles vom Spiel weiß oder sehr viel vom Spiel weiß. Nur weil das vielleicht eventuell bei mir ist, dass ich da, ne? Nur weil ich in einem Spiel vielleicht ein bisschen mehr Wissen habe, heißt das nicht, dass man das von jedem erwarten muss. Das ist bei... Oder sollte. Ja. Ah ja, trotzdem gibt es eben noch einige Dinge, die ich über Mario 64 lernen könnte. Oder lernen muss das definitiv, ne? Also, da gibt es eben noch Momente, wo ich mir denke, krass, du spielst das schon so lange, dieses Spiel. Und der Movement ist manchmal immer noch... Echt, manchmal schlecht, aber ja, ne? Passiert, passiert. Auf jeden Fall. Leute, ne? Das war's wieder am Part an dieser Stelle. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Kommentar schreibt. Wenn nicht, ist auch okay. Und schaut gerne bei Ballender Nickel vorbei. Ein Abo dort ist fassenlos. Ich check, ich check, ich check. Und ja, das war's wieder am Part. Danke, dass du dabei warst, Benni. Kein Problem. Ja, moin. Also, ciao, Leute. Ciao, ciao. Toodaloo. Toodaloo. Toodaloo.